Ja, alle gilden voll. Das heißt, hier sind alle Mönche drin. Oh, die Zwergengilde hatte ich ganz vergessen. Aber da wurde jetzt auch aufgefüllt durch die Embassy. Sehr gut. Ja. So, hör bitte auf auf den Spire einzuhauen. Wir müssen nämlich immer noch die anderen finden. Und dazu gebe ich meinen Ranger mal etwas mehr Speed. Okay, den lasse ich durch meine Embassy nachbilden. Das meiste wird alles aus der Richtung kommen, wenn ich anfange Spires einzureißen. Also, mehr Verteidigung. So, fließt mein Terror. Bitte, danke. Du kriegst ein Speedboost. Du kriegst auch einen. Du kriegst einen. Du kriegst von mir aus einen. Der gebe ich auch mal einen. Ja, mir fehlt immer noch der letzte Spire. Solange ich nicht weiß, wo der ist, greife ich nichts an. Mit etwas Glück ist er auch irgendwo da oben. Eigentlich sollte er da oben irgendwo sein. So, boosten wir die mal, dass sie schneller rennen. Ich bin überzeugt. Es ist okay, wenn sie hier Zeug aufdecken. Ich habe also auf jeden Fall schon mal ein Graveyard und zwei von diesen anderen Dingern eingerissen. Also, ja, um Geld brauche ich mir zur Zeit keine Sorgen machen. Also, ja, um Geld brauche ich mir zur Zeit keine Sorgen machen. Bei den da könnte ich auf jeden Fall in der Nähe von dem Spire sprechen. Ich könnte wahrscheinlich sogar... Ja, sonst kann ich den noch überall einschlagen lassen. Außer dem Spire. Okay. Okay, Ancient Graveyard und der letzte Spire ist dort. Gut. Dann werden wir erstmal den Graveyard noch los. Wer hat euch gesagt, dass ihr das Ding angreifen sollt? So, kümmert euch erstmal um den Graveyard. Oh, da habe ich einiges an Häusern. Fällt mir grad so offen. Ich kann aber nirgendwo in der Nähe einen Wizard Tower stellen. Außer in der Nähe von dem Spires. Äh, das ist ärgerlich. Ich glaube, wenn ich den da aufstelle, wird der mir nur weggeballert, wenn ich nicht aufpasse. Oder... Wehrwölfe kommen und fressen ihn. Ja gut, wenn ich den da mache, dann kann ich hier oben... Du kommst nochmal zurück. Okay, Tower ist fertig. So, ich denke mal, ich mache jetzt gleich nochmal einen Quick Save. Und dann wird's lustig werden. Die Wind Lord blesses mich. Your Majesty! A new building is to be... Energies of Light! Ja, jetzt wird's dann gleich lustig werden. So, ich denke mal, das dürfte fast schon reichen. Ich warte noch, bis der Tower fertig ist. Dann speichere ich, dann stehe ich die Kopfgelder auf 5000. Und dann sehen wir ja, wie lustig das gleich wird. The law of Doros is above all others. An unwelcome guest. Energies of Light! I am enlightened! tief in Dassel Sie. Wie sagte esasia? Tag! ажgember! An bl555-9 So, jetzt wird's gleich lustig. Der erste Tower ist gefallen. A new hero has arrived at the embassy, my liege. Okay. The unholy are new. Jetzt kommen sie. I'm melting! I join the wild spirits. Hold your majesty. Da unten ist einer neu aufgetraut. A new hero has arrived at the embassy, my liege. Aber noch halten wir stand. In the name of the Sovereign. Really nice. I'm melting. I'm melting. Aber ja, ohne meinen Tempest. Ach du meine Scheiße. Ooooooh. Evil has won. Come Earthquake. A new hero has arrived at the embassy, my liege. Leave my gold control. I'm done. Okay, da oben ist gerade voll die Luzzi. Brechen wir hier mal auf. Und hoffen mal, dass hier Helden ankommen, die den letzten Spire einreißen. I join the wild spirits. Leave my gold alone. Oh, der eine ist spire und wir sind durch. Leave my gold alone. Leave my gold alone. Leave my gold alone. I'm melting. We are victorious, your majesty. Oh, geschafft. With the destruction of the last spire, the way to the fertile reaches is open to us. All are eager to take in the beauty of this long forbidden paradise. Nice. Statistik. Danger Level 108. Oh, sehr schön. 118 Gebäude gebaut. 7 verloren nur. 16 Helden verloren von den 53. Wir haben einen Haufen Gold gemacht. Wir sind noch mit ziemlich viel Gold davon gekommen, aber wir haben es geschafft. Einwohner removed von dem 5, Motivation Auto 13 L measured auf. 4 cut an. 148 g. 1,5 GradOrange. 154 tren. Mochen, mit Gordon-Lufe. 169 g. 148 g.